KREALITIKUM Kapitel 17 HAGLAS Initiation des Novizen Ich nahm einen Schluck Bier und wartete darauf, dass der Geologe das Wort ergriff. Das Temperaturphänomen ist tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit, begann er. Ich konnte nur ein einziges Mal mit einer Wärmebildkamera einen kleinen Blick in der Grotte erhaschen, bevor der Spinner mich weggejagt hat. Er räusperte sich. Entschuldigung. Ich machte eine wegwerfende Handbewegung. Naja, die Wärmebildkamera zeigte, dass die Hinkelsteine für den Temperaturanstieg verantwortlich sein könnten. Sie waren viel wärmer als die anderen Felsen. Ich dachte, das Gerät spinnt, als ich das sah. Das ist einfach unmöglich. Ich kann das nicht erklären, aber so sah es aus. Leider konnte ich kein Bild davon machen, deshalb kann ich die Sache nicht beweisen. Und aus diesem Grund taucht auch nichts davon in meinem Bericht auf. Ich nickte. Unerklärliches scheint sich in dieser Höhle ja richtig zu sammeln, scherzte ich flach. Der Geologe legte die Stirn in Falten und ich fügte hinzu, ich hatte einige sonderbare Erlebnisse, die ich nicht erklären kann. Was denn zum Beispiel, wollte er wissen. Angespannte Neugier ergriff nun Besitz von ihm. Um etwas Zeit zu gewinnen, nahm ich noch einen Schluck Bier und leerte damit mein Glas. Hauptsächlich optische Effekte, die sich auf die Schattenbildung beziehen. In der Kuppelgrotte fühle ich mich meistens beobachtet. Dieses Götzenbildnis ist das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Der Anblick ist so verstörend, dass ich die Statue bis jetzt nicht ein einziges Mal richtig ansehen konnte. Der Blick leitet immer irgendwie an ihr vorbei. Ich verstehe nicht, wie Volker so fanat in das hässliche Ding sein kann. Wissen Sie, ich war eigentlich froh, wenn ich nichts mit der Statue zu tun haben musste. Jetzt darf ich mich morgen um einen Ersatz für den Archäologen kümmern und davor graust es mir gewaltig, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich gerne mit dieser Abscheulichkeit befassen will. Der Geologe nickte. Ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Sowohl mit der Statue als auch mit dem Archäologen stimmt was nicht. Er ist immer noch nicht zurück, nicht wahr? Was meinen Sie, kommt er heute noch oder macht er die Nacht durch? Allein bei Nacht in der Höhle, da würden mich keine zehn Pferde zu bringen. Um nichts in der Welt wollte ich da nach Einbruch der Nacht bleiben. Aber Sie glauben doch nicht, dass Sie die ganze Zeit dort arbeitet, oder? warf der Geologe skeptisch ein. Ich zuckte zusammen. Vor meinem inneren Auge blitzte dieses Bild auf. Volker, der in der viskosen Finsternis auf den Sockel geklettert war und die Statue umschlungen hielt. Wissen Sie etwa, was er dort macht? Bote mein Gegenüber nach. Ihm war nicht entgangen, dass in mir etwas vorging. Ich habe ihn einmal aus der Höhle geholt, weil er wieder kein Ende finden konnte. Es war verstörend, antwortete ich ausweichend. Der Geologe nickte und respektierte, dass ich nicht weiter darauf eingehen wollte. Ich fügte hinzu. Das war das erste und einzige Mal. Heute kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und morgen kann er gehen. Ich sprach noch eine Weile über die sonderbaren Vorkommnisse in der Höhle. Der Geologe bestätigte mir, dass auch er ab und an unter optischen Erscheinungen litt. Aber im Gegensatz zu mir hatte er sich eine Erklärung zurechtgelegt. Er macht eine leise, unhörbare 10-Herz-Frequenz dafür verantwortlich. Es war allgemein bekannt, dass Frequenzen in diesem Bereich weniger mit dem Ohr als vielmehr mit dem ganzen Körper wahrgenommen wurden. Und aus wissenschaftlichen Studien wusste man ebenso, dass sie in der Lage waren, die Flüssigkeiten im Augapfel in Schwingung zu versetzen, was Bewegungen am Rande des Sichtfeldes verursachte. Ich staunte über seine kreative Erklärung, aber sie war leider nicht vollständig. Er hatte keine Idee, wo das Geräusch herkommen sollte, und gemessen hatte er es auch nicht. Als ich später die Treppe zum ersten Stock erklomm, fühlte ich mich hundsmiserabel. Es tat mir im Herzen weh, Volker von der Ausgrabung ausschließen zu müssen, aber es war richtig und für alle das Beste. Was immer auch in dem Archäologen vor sich ging, es konnte nicht gesund sein. Und es war meine Pflicht, für die Sicherheit der Ausgrabungsteilnehmer zu sorgen. Auf der Türschwelle blieb ich kurz stehen, starrte in die wabernde Finsternis und hatte den Eindruck, dass der Geologe mit seiner zähen Herzerklärung meilenweit neben der Spur lag. Ich beeilte mich, die Kerzen anzuzünden, damit das warme Licht die Schatten verjagte. In dieser Nacht schlief ich schlecht, wälzte mich im Bett hin und her und kämpfte gegen den Drang, einem fordernden Ruf zu folgen, ohne zu wissen, wer mich rief oder wohin. Ich bin ein, Untertitelung. BR 2018